Okay, ich glaube, wir alle kennen das. Du willst ein bestimmtes Foto jemandem zeigen, aber scrollst und scrollst und scrollst und findest es nicht? Ich glaube, der Grund dafür ist, dass viele nicht wissen, wie man die iPhone-Foto-App richtig nutzt. Genau deswegen dieses Video. Hier kommen ein paar Tipps und Tricks. Let's go! Fangen wir direkt bei der Suchfunktion an. Echt praktisch, aber ich sehe selten jemand, der sie beim Suchen nutzt. Wenn du in der Fotos-App unten rechts auf Suchen klickst, kannst du hier offensichtliche Sachen suchen. Wie zum Beispiel nach Gegenständen, Kategorien wie Essen, Momente wie vor einem Jahr oder Herbst, nach Personen und nach Orten oder Adressen. Falls du nach etwas genau suchst, kannst du auch mehrere Suchbegriffe eingeben. Und falls du noch eine genaue Suche haben willst, du kannst auch bei deinen Bildern einen Untertitel hinzufügen. Dazu gehst du zu deinem jeweiligen Foto und klickst entweder auf das I oder ziehst einfach das Bild nach oben. Hier sehen wir jetzt schon die Spalte Untertitel hinzufügen. Wir geben jetzt einen Hashtag ein, der zu dem Bild passt und an den ich mich gut erinnern kann. Wenn ich jetzt das Bild beim nächsten Mal suche, kann ich direkt den Hashtag eingeben und schon erscheint es. Beispiel Hashtags sind hier Hashtag Urlaub, Hashtag Amerika, Hashtag 10. Klasse und so weiter. Deine Familie oder Freunde wollen Bilder aus dem Urlaub sehen oder du willst selber einfach mal Bilder von deiner Reise anschauen? Dafür sind Alben perfekt. Dazu gehst du auf Alben und jetzt oben links auf das Plus. Hier kannst du ein neues Album erstellen oder einen neuen Ordner. Zum Verständnis, in einem Ordner kannst du mehrere Alben verstauen. Und hier kommt jetzt der spaßige Part. Du kannst auch ein geteiltes Album erstellen. Hier geben wir den Namen von dem Album ein. Dann können wir hier die Personen einladen, die wir hier in dem Album haben wollen und klicken jetzt auf Erstellen. Wir können oben rechts über das Personensymbol auch weitere Personen hinzufügen und einstellen, ob sie zum Beispiel nur das Album ansehen können oder auch selber Bilder hinzufügen können. Dann können wir einstellen, ob wir das Album als Webseite jedem einfach per Link teilen wollen und ob wir Mitteilungen bekommen wollen, falls jemand zum Beispiel ein neues Bild hinzugefügt hat. Über die drei Punkte und Fotos hinzufügen können wir wie schon im Namen Fotos hinzufügen. Wir wählen jetzt einfach mal die zwei aus und klicken auf Hinzufügen. Wir könnten hier noch etwas zu den Bildern schreiben, müssen wir aber nicht und klicken jetzt auf Posten, damit die Bilder hinzugefügt werden. Geteilte Alben sind aber standardmäßig nicht in der Fotos App vorhanden. Das müssen wir erstmal in den Einstellungen anmachen. Dafür gehst du in Einstellungen auf deine Apple ID, hier in iCloud zu Fotos gehen und klarstellen, dass ganz unten geteilte Alben an ist. Geteilte Alben sind super hilfreich, wenn du zum Beispiel mit anderen Personen in den Urlaub fährst und jeder einfach nur die Bilder hier reinschmeißen kann. Dadurch muss nicht jeder irgendwie jedem einzelnen die Bilder hin und her schicken und die Qualität bleibt bestehen, nicht so wie auf WhatsApp. Das nächste ist Favoriten. Das ist, denke ich, ziemlich selbsterklärend. Wenn du auf ein Foto oder Video bist, siehst du unten mit der Glings ein Herz. Wenn du auf das Herz draufklickst, ist das Objekt jetzt als einer deiner Favoriten markiert. Und wenn du jetzt auf Alben gehst, siehst du ein Album, das Favoriten heißt. Hier findest du alle Fotos oder Videos, die du als dein Favorit markiert hast. Ah, bleib mir direkt in Alben. Wenn du ein bisschen nach unten scrollst, kommt ein Abschnitt der Medienarten heiß. Das kann dir auf jeden Fall auch bei der Suche helfen. Wenn du zum Beispiel weißt, dass du nach einer Zeitraffer suchst, klick einfach auf Zeitraffer. Oder doch eine Slow-Mo. Einfach draufklicken und schon werden dir alle Slow-Mos angezeigt. Ich nutze das oft mit Screenshots. Und mit dem nächsten Trick sparen wir uns ein bisschen Speichelplatz. In meiner Mediathek kann es schon mal vorkommen, dass ein Foto oder Video doppelt vorkommt. Mit dem nächsten Trick können wir alle Doppelten einsehen und zusammenführen. Hierfür können wir direkt in Alben bleiben und scrollen einfach nur ein bisschen nach unten, bis Duplikate kommt. Jetzt klicken wir auf Duplikate und schon werden uns alle doppelten Bilder und Videos angezeigt. Über Zusammenführen können wir die zwei gleichen Dateien zusammenführen und somit Speichelplatz sparen. Hast du ein Foto in deiner Mediathek liegen, das lieber nicht jeder sehen soll? In deiner Mediathek kann jeder reinschauen, wenn dein Handy entsperrt ist. Und mit diesem Trick kannst du es aus deiner Mediathek ausblenden. Wir gehen erst auf das jeweilige Bild, klicken oben rechts auf die drei Punkte und hier auf Ausblenden. Jetzt verschwindet das Bild überall und ist nur in einem gesperrten Ordner zu finden. Und zwar, wenn wir auf Alben gehen und ganz nach unten scrollen, sehen wir hier Ausgeblendete. Einmal draufklicken, dann fragt es Dich nach Deiner Face-ID oder Passwort und schon werden Dir alle ausgeblendete Fotos und Videos angezeigt. Heutzutage brauchst Du ja keine teure Kamera mehr, um gute Fotos zu machen. Aber Du brauchst auch kein teures Bildbearbeitungsprogramm, um grob gut Deine Bilder zu bearbeiten. Das geht auch in der Fotos-App. Wir gehen jetzt auf das jeweilige Foto, das wir bearbeiten wollen und klicken oben rechts auf Bearbeiten. Und hier sehen wir direkt den heiligen Auto-Knopf. Wie schon im Namen wird hier das Bild automatisch angepasst und das funktioniert echt gut und reicht auch für die meisten Personen schon aus. Wenn wir jetzt aber nach links scrollen, sehen wir hier, was das iPhone automatisch angepasst hat und können selber auch noch Sachen anpassen. Hier zum Beispiel die Sättigung einfach unter dem Icon nach links für mehr oder nach rechts für mehr Sättigung ziehen. Gehen wir zum nächsten. Wenn wir unten auf die drei Kreise klicken, werden uns Bilder angezeigt. Wähle hier einen Filter aus, der zum Mood von deinem Bild passt. Und jetzt noch eins weiter zum Zuschneiden. Hierüber kannst Du das Bild rotieren, über die zwei Symbole verzehren, oben links das Bild spiegeln und drehen und über das Icon das Bild in ein bestimmtes Format croppen. Mit diesem Icon kannst Du das Bild noch markieren oder bemalen und wenn Du mit dem Bild bearbeiten fertig bist, klickst Du einfach unten rechts auf das Häkchen und schon ist es fertig. Falls Du dann bemerkst, dass Du es doch nicht so gut bearbeitet hast, kannst Du einfach wieder auf Bearbeiten gehen und dann unten rechts auf den roten Pfeil klicken. Damit geht das Bild wieder zum Original zurück. Neben geteilten Alben hast Du auch noch eine weitere Möglichkeit, Deine Bilder mit jemandem zu teilen. In Fotos kannst Du ja eigentlich unten links über Mediathek in Deine persönliche Mediathek gehen. Aber es gibt eine Möglichkeit, eine zweite geteilte iCloud-Foto-Mediathek zu öffnen. Mit dieser Mediathek kannst Du mit Deinen wichtigsten Personen in Deinem Leben Fotos und Videos teilen. Du kannst einmal ein bestehendes Foto oder Video in Deine geteilte Mediathek einfügen oder direkt aus Deiner Kamera. Hier siehst Du jetzt oben ein Männchen. Einfach draufklicken, die geteilte Mediathek auswählen und schon wird das Foto oder Video in Deine geteilte Mediathek eingefügt. Also, dann fügen wir mal bei Dir die zweite Mediathek hinzu. Dazu gehst Du in Einstellungen auf Deine Apple-ID, hier in iCloud und jetzt zu Fotos. Wenn Du einen Ticken nach unten scrollst, siehst Du hier schon geteilte Mediathek. Einmal draufklicken und hier direkt auf Los geht's. Jetzt kannst Du bis zu 5 Personen zu Deiner geteilten Mediathek einladen. Wenn Du dann auf Weiter klickst, kannst Du direkt Fotos und Videos aus Deiner eigenen Mediathek in die geteilte einfügen. Du kannst entweder alle einfügen, nach Person oder Datum auswählen oder ganz manuell auswählen. Musst Du aber nicht. Wir klicken auf Foto später bewegen, presenten hier noch die Einladung und wählen hier automatisch aus. Also heißt es, wir direkt beim Aufnehmen von einem Foto oder Video es in die geteilte Mediathek einfügen können und klicken auf Fertig. In Fotos wieder können wir oben rechts über das Männchen uns beide oder nur eine der Mediatheken anzeigen lassen. Es ist aber nur möglich, einige teile Mediathek zu erstellen und es setzt iOS 16.1 voraus. Was ich neu für mich entdeckt habe und ziemlich cool finde, ist die Rückblicke, die Apple erstellt. Um die Rückblicke anzuschauen, kannst Du unten auch für Dich klicken. Jetzt werden Dir hier verschiedene Rückblicke angezeigt, auf die Du einfach draufklicken kannst. Die kannst Du aber auch bearbeiten, zum Beispiel unten links den Song oder unten rechts die Bilder austauschen. Und was hier das Coole ist, ist, dass Du hierüber den Rückblick teilen kannst und auch mit Leuten teilen kannst, die keinen Apfel besitzen. Zum Schluss geht's noch kurz über Privatserie. Wenn Du ein Bild zum Beispiel über iMessage oder Airdrop verschickst, verschickt es meistens auch Deine Daten zu dem Foto. Also unter anderem auch Dein Standort und das Datum, wann das Foto gemacht worden ist. Wenn Du aber auf Teilen klickst und hier dann auf Optionen, kannst Du alles ausstellen und sorglos Dein Bild verschicken. Wenn Du aber Wert auf Deinen Datenschutz liegst, dann ist der letzte Tipp nichts im Gegensatz dazu, was Du sonst noch alles für Deinen Datenschutz auf dem iPhone machen kannst. Deswegen ticke gerne auf das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.